Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ja, da bin ich wieder. Euer Zordan. Und was soll ich sagen? Die Arbeiten sind erstmal getan. Das Rennen ist gelaufen. Und für mich wird es Zeit, endlich mal wieder auf Abenteuer zu ziehen. Nicht nur auf ein kleines Abenteuer, sondern auch mal wieder auf etwas Großes. Nicht nur Kämpfe möchte ich tun, sondern auch mal wieder ein wenig durch die Gegend reisen. Das mache ich durchaus öfter, das ist mir bewusst. Aber in diesem Fall hat das einen besonderen Hintergrund. Sowohl das Blut fest naht, und ich werde mich bald alleine einer großen Herausforderung stellen müssen. Zum Beispiel einen Unterwassertempel oder ähnliches. Plündern. Aber erstmal möchte ich folgendes tun, und zwar mein Exil wiederfinden. Ihr wisst noch, nachdem die Schlacht gegen den Schwarzen Drachen geschlagen war, hat es mich, ja, vertrieben, möchte ich meinen. Also ich wurde angespült in einem entlegenen Gebiet und ich nehme einfach nur eine in der Truhe von unten mit. Ich wurde angespült in einem entlegenen Gebiet, aber ich habe den Wegpunkt von dieser neuen Heimat, die ich mir da gebaut habe, nicht mehr. Neue Heimat ist gut, ich habe mir nur ein kleines Lager errichtet, aber ich möchte diesen Ort wiederfinden. Denn an diesem Ort bin ich viel zur Besinnung gekommen. Und es ist ein guter Ort für mich gewesen, um mir über Dinge klar zu werden und ähnliches. Und es ist einfach eine Schande, dass ich nicht mehr weiß, wo das ist. Ich weiß es ungefähr, und zwar, wenn ich mal auf meine Karte schaue. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das ist. Hier ungefähr, irgendwo hier in diesem Gebiet, ne, das war hier über dem... Hier, über diesem Gebiet ungefähr, ist das Schiff des Kultes abgeschossen worden. Und ich bin irgendwie nach Norden gespült worden. Als ich zurückgekehrt bin, bin ich auf der Drachenwacht wieder rausgekommen. Also irgendwo, ja, nordwestlich von hier muss ich gelandet sein. Dann ist die Dreielmland Minengesellschaft. Irgendwie bin ich ja hier wieder rausgekommen. Also, hm. Ich werde einfach mal versuchen, von hier aus in Richtung Norden zu fahren. Irgendwo hier hin. Ich fahre mit Sicherheit, das habe ich ja noch gesehen, gute 12.000 Block von der Heimat entfernt. Ich versuche das einfach. Ich versuche das Ding wiederzufinden. Und zwar, indem ich die Karte, die ich von dem Ort habe, nutze. In der Hoffnung, dass ich irgendwann, wenn ich in der Nähe bin, hier ein Punkt auftauche. Und ich das Ding dann wiederfinden kann. Und das werde ich die nächsten Folgen versuchen. Die wahrscheinlich auch alle etwas länger dauern werden. Deswegen. Ich nehme nur das mit, was ich dabei habe. Eine gute Angel. Die Karte. Ja, und das hier an Bewaffnung. Vielleicht sollte ich noch einen Sattel und einen Seil mitnehmen. Das habe ich in der Vergangenheit ja schon gesehen und in den Eimer. Dass solche Dinge durch das Wert versehen können. Ich könnte hier noch ein paar Möhren mitnehmen, aber... Nein, 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 nein. Das ist nicht wichtig, sondern stattdessen wollte ich ein Boot haben. Einfach ein Boot, um voranzukommen. Ich habe diese Schuhe mit Wasserläufer bezaubert. Denn das ist etwas, was ich mit Sicherheit bald brauchen werde. Und hier, ja, das ist alles für Reisen gut ausgerüstet, gut ausgestattet. Und dich? Dich lasse ich tatsächlich mal hier, mein Freund. Ich möchte nicht, dass du, armer Kerl, wieder unter meine Reise losleiten musst, sondern irgendwo zurückgelassen wirst von mir, wobei ich mich nicht mehr erinnern kann. Der kürzeste Weg, um zu der Absturzstelle zu gelangen, ist jetzt wahrscheinlich entweder nach Hunsgrab oder nach Drachenwacht zu schippern. Bett habe ich dabei. Ein bisschen was zu essen erstmal auch, aber es reicht natürlich lange nicht. Der Bürgermeister, der ist auch da. Und ich schlafe erstmal hier kurz auf dem... auf der Sprotte. Hm. Durch das Schaukeln des Schiffes lasse ich mich so langsam einschläfern. Und wir fahren über Falkenstein und Ecksee. Die lange Schleife. Bis nach Hunsgrab erstmal. Und könnten auch noch direkt weiterfahren zur Drachenwacht. Schon wieder? Hier? Warum auch nicht? Denn von hier aus komme ich am schnellsten in Richtung Ferienparadies, welches sich hier hinten befindet. Aber eigentlich kann ich auch hier schon direkt vom Hafen aus. Da muss ich ja gar nicht weitergehen. Ich kann ja gleich hier rüber rennen und da mein Boot zu Wasser lassen. Umso schneller sind wir irgendwo auf einer anderen Seite. Also los. Paddel ich in die richtige Richtung. Ne, ich glaube, ich paddel genau in die falsche. Ich muss doch einmal durch den Kanal durch und auf die andere Seite gelangen. Hallo Drachenwacht und tschüss Drachenwacht. Ups. Ui, 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 Vorsicht. Gar nicht so leicht, wenn man am Gucken ist dabei. Oh, hier haben wir doch kürzlich noch geangelt und jetzt ist hier schon ausgebaut das Stück Hafen. Es geht voran auf der Drachenwacht. Da ist das Herlager und ein einsames Schwein. Komm, komm mit rein. Das hat mir Glück gebracht. So, ich passiere das Herlager und fahre auch wirklich bis in die Richtung, wo ich wohl offensichtlich ungefähr ins Wasser gestürzt sein muss, durch die Explosion geschleudert. Trümmerteile haben wir da ja noch gefunden an der Stelle. In diesem kleinen Atoll. In diesem kleinen Atoll. Und von da aus muss ich mit der Strömung gehen. in ungefähr Richtung Norden hat es mich wohl gezogen. Wenn man da von Norden sprechen kann. Naja, jedenfalls ungefähr in die Richtung da. Ja genau, hier ist das Atoll. Also los. Irgendwo in nordwestliche Richtung. Geht zumindest die normale Meeresströmung. Und der folgen wir jetzt einfach mal ein wenig. Ich weiß von meinem Rückweg noch, dass ich große Meeresgebiete überqueren musste. aber natürlich noch viel weiter hinten. Und ich weiß auch, dass diese Entdeckungsreise, die ich jetzt hier starte, nicht in neue Gebiete gehen wird. Also wenn wir uns nicht Illusionen hingeben müssen, da irgendwelche neuen Orte zu entdecken. oder sowas. Aber den Sattel habe ich zur Sicherheit mit, dass der Landweg eventuell mit einem Pferde abgekürzt werden kann. So wie ich das so gerne mache, wenn ich auf Reisen gehe. Aber wie gesagt, was mich wirklich hinzieht, ist erstmal wieder in diese alte Hütte. Denn immer nach langen Arbeiten, langen Aufgaben kommt so dieser Moment. Du hast alles erledigt und denkst dann, okay, und wie geht es jetzt weiter? Und da ist es manchmal ganz gut, wenn man mal kurz innehält und sich zurücksetzt und tief durchatmet und schaut, was man denn jetzt machen könnte. Ein bisschen zu sich selbst zu kommen. Das empfehle ich jedem, der mal irgendwie das Gefühl hat, dass er nicht mehr weiß, was er jetzt machen soll. Einfach mal zurücksetzen, reflektieren, was alles passiert ist und mal ein paar Tage nichts tun und dann kommen schon wieder neue Ideen. Junge, Junge, die Paddelei ist aber auch ganz schön, ich bin nichts mehr gewöhnt. Keine Abenteuerreisen mehr gewöhnt gewesen. Deswegen wurde es dringend mal Zeit, dass ich mich mal wieder auf den Weg mache hier. Da, glaube ich, lande ich mal an. Schöne Schwarzeichenküste. Mal schauen, wann sie auf meiner Karte auftaucht. Okay, ich bin auch ganz schön schräg rüber gedriftet hier. So. Ja, ich bin ja ziemlich direkt Richtung zurückgekehrt und aber irgendwie aber von da gekommen. Also ich weiß nicht, dass ich von hier oben gekommen bin. also könnte es gut sein. Hier sind noch alte Pläne. Ja, das Grabmal, das Tal der Elemente, das ist alles in der Richtung gewesen. Wahrscheinlich ist aber der Ort, wo ich verloren gegangen war, entweder eher da oder eher hier. Ach ja. Das ist schön, mal wieder übers Land zu laufen, den Hasen fröhlich beim Springen zu sehen und einfach nichts zu tun. Und ich habe vergessen, eine Ändertruhe mitzunehmen, weil das macht nichts in meinem Versteck, wenn ich es denn dann finde. Da ist ja einer. Ja, und hier ist natürlich noch lange kein Punkt zu sehen. Ich sollte aber einen Wegpunkt machen. Da nehme ich den Wegpunkt entweder Hunsgrab oder auch meine Heimat, damit ich ungefähr weiß, wie weit ich eigentlich weg bin. Wie gesagt, ich weiß noch, dass es ungefähr zwölf Meilen wohl entfernt gewesen sein muss. Oh, und da unten seht ihr das? Ein schönes braunes Pferd. Das geht also schon los. Ein Ei, mit dem keiner was anzufangen weiß. Bist du schon zugeritten? Nein. Aber gleich, pass auf. Ja, wilder. Scheinst du schneller zu sein? Nicht doch, da, nicht in die Höhle. Dafür bin ich zuständig, dich in die Höhle zu schmeißen. Dafür bin ich ja schließlich bekannt. Wow. ein richtig schneller Bursche. Das Problem ist, mir jetzt reitig mit ihm in den Schwarzreichenwald. Das ist vielleicht dauer. Keine so gute Idee. Fass. Ich fahre nirgends mal weiter. Was ist denn hier das Problem? Nehemaßen springen kann er ja. So. Aber sogar sehr gut. Das ist ein Toppferd. und dann stand er hier so ganz alleine rum. Das da ist dann nur ein Pilz oder was? Ja, das war nur ein Pilz. Ich dachte schon, das sah schon von oben fast aus wie so eine Villa oder sowas. Aber nachher so viel wirklich. Da jedenfalls nicht unbedingt mit irgendwelchen Monstren anzulegen. Vielleicht habe ich oft in der falschen Richtung gesucht und ich weiß, dass ich schon mal aufgebrochen bin und zu sehr nordwestlich gesucht habe. Vielleicht ist es doch mehr Entschuldigung, vielleicht ist es doch mehr Westen oder so. Ja, ja, diese Küste kenne ich noch. Jetzt versuchen wir mal, ob das klappt mit uns beiden. So lange die Welt nicht stehen bleibt zwischendrin. Könnte es einigermaßen funktionieren. Es wird zwar bald Nacht werden, aber auf dem Ozean ist das nicht so schlimm, da kann es nicht so viel passieren. Kann ich ganz so schnell fahren mit so einem Pferd am schleppen. Und hier beginnt schon wieder eine Eisküste. Das geht sogar doch inzwischen ganz gut. Boot fahren mit Pferd dran. Dann kommen wir hin, mein guter. Wenn wir gemeinsam diese Reise gut schaffen, dann kriegst du von mir einen Namen und kommst mit nach Hause. Du kannst deine Bereicherung für die Zucht darstellen. Bisschen Vorrat auffüllen. Ganz vor Stoppern ist die Welt hier nicht gefeit. Also Sternenschimmer ist schneller als dieses Pferd, aber auf jeden Fall ist es auch kein schlechtes Respektabel. Oh ja, respektable Sprungkraft. Also muss ich davon ja auch nicht ganz außer Acht lassen. Gutes neues Pferd fürs Herlager auf jeden Fall. Und diese Erforschungsmission hat ja durchaus noch einen anderen Hintergrund. Habe ich ja durchaus ein Bauziel für den Beginn der nächsten Staffel zumindest. Habe ich schon fest vorgenommen. Mit dem ich etwas zurückgeben will für jemanden, der immer so viel für uns tut. Und das teilweise ja sogar sehr verlangt wird. Hier und da. Und keine Gibt da was. Naja, das kann man sagen. Das ist nötig. Ich will da mal was zurückgeben einfach. Und dafür braucht es ein Gelände ähnlich wie diesem hier. Einen schönen Pichtenwald. Aber vielleicht nicht gerade ein Winterbiom. Was ist das hier? Upsa. Nein. Ich will da keinen Wegpunkt machen. Was ist das hier doch vielleicht ein wenig weit weg? Jetzt bin ich schon fast am Führungsfrosttal am Finger der Zeit und dann schon über dem Tal der Elemente. Da bin ich schon dran vorbei. Der wäre jetzt fast... Naja, noch nicht ganz, aber Passiere das schon bald. Wie weit ist Hunskraft denn weg? Ihr seid ja scharf ey. Ich bin schon mal her. Nö, dank zu Pferd und zu Boot hat man nicht so schnell Hunger. Das ist von Vorteil. Was für ein... Schneller ritt durch die Prärie. Wir sind schon außerhalb des angestammten Dreilbenlandes. Neue Gesteinsorten in allen Teilen. Und man merkt das auch daran, dass die Biomgrößen, also die Landschaftsgrößen viel, viel größer sind. Hunskraft selbst ist ja ein sehr urtümlicher Ort, wo Mojang alle Gebiete noch sehr klein und enger aneinander gesetzt hat. Und das haben sie hier nicht... Das haben wir hier nicht mehr. Da ist eine Schlucht. Aufpassen. Kleine Wolfsschlucht. Ah, Mist. Verritten. Aua. Es... Ah. Nicht doch. Lass mich durch. In einem solchen Gebiet bin ich gestrandet. In Eis-Ebenen. Aber hier war es nicht. Jedenfalls ist weit und breit noch kein einziger Punkt zu sehen auf dieser Karte. Ich reite direkt auf die Zwergenschenkel zur ewigen Fackel zu. Hm. Dann könnte es gut sein, dass ich hier vielleicht doch nicht in der richtigen Gegend bin. Aber das finden wir hier raus. Und dann gucken wir mal, ob wir in dieser Folge da noch ankommen. Da ist ein Igloo. Und ein ziemlich wacher je. Der schwebt ja. Wie ist das denn passiert? Was für Zauberei wirkt dann auf diesem Häuschen? Bleibt mal kurz hier. Da muss ich mal reinschauen. Okay. Wir haben ja einen Ofen. Wir haben ja ein Bett. Aber hier ist tatsächlich auch keine Klappe drin. Wie man sie sonst so oft findet. Ein schwebendes Lager. Warum nicht? Okay, mein Guter. Los, weiter geht's. Richtung Westen. Tief in den Westen. Noch viel weiter ist das. Nächster Ozeanabschnitt. Nein, nein, du bleibst hier. Komm mit. Wir müssen weiter. Wir müssen da rüber. Aufpassen bei den ganzen Tintenfischen nicht, dass du mir irgendwie abglipschst. Oh, man kann sogar beim Boot fahren die Karte angucken. Das dachte ich vorhin gar nicht. Hätte ich das geahnt, hätte ich natürlich mit der Pegasus bis zu den Eisspitzen fahren können. Aber dann hätte ich ja meinen Gefährten nicht gefunden. Und das ist für die gesamte Reise, glaube ich, die größere Gewinnsituation. Ja. Danke dir. Und weiter geht's. Straff gehen Westen. Und erst wenn wir so grobe unsere zwölf Kilometer geschafft haben und auf der Karte noch nichts gefunden haben, dann werden wir weiter Richtung Norden reiten. Opsa, verdammt. 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 Mist. Das war doof. Auf jeden Fall wollen wir das dann tun, weil ich auf die Karte geguckt habe, habe ich nicht aufgepasst. Und wenn wir das dann machen in einem großen Bogen, bis wir entweder meine Wahlheim mit gefunden haben oder ich einsehen muss, dass dieser Ort vielleicht für immer verloren ist. Leider ist ja kein Koordinat auf diese Karte zu erkennen oder so, ne? Das kann man nicht. Nein. Ach ja, wie oft seid ihr schon mit mir über eisige Prärien auf Schneeweiten geritten und gelaufen? Immer wieder kommen solche Momente vor. Irgendwie gehört das wahrscheinlich zu mir und zu meinem Wirken. Und hier ist eindeutig ein Zeichen von Zivilisationen. Hier hat sich jemand hochgebaut oder auch jemand rausgebaut. Eine Werkbank. Hier geht es in eine grabende Mine herunter. Und wir sind ja auch nicht mehr weit von der ewigen Fackel entfernt. Und dort werden wir einkehren, auf jeden Fall. Ich hoffe, dort finde ich was Frisches zu essen. Ach ja. Uns Barbaren, uns Abenteurer. Das zeichnet uns aus. Ich bin stets gerne mit Begeisterung dabei, mit neuen Bauten unser Dreielbenland voranzubringen und den Städtebund wachsen zu lassen und zu beschützen. Aber dann und wann zieht es mich auch immer wieder in die Ferne. Dann und wann muss ich alleine sein und hänge melancholischen Gedanken nach. und brauche brauche die Einsamkeit der Reise. Und dort taucht sie tatsächlich auf, die Pegasus. Ich werde verrückt. Ja, und nach der Reise werde ich auch wieder den Kampf brauchen. Um wieder in die richtige Grundstimmung zu kommen. So. Ist gar kein Bett drin. Das liegt daran, dass ich nicht in der Geschenke bin, sondern die Geschenke ja hier ist. Ich bin zu spät. Es ist schon wieder Tag geworden, während ich hier runtergerannt bin. Hier gibt es heißes Wasser. Aber im Moment nicht zu essen, wie es scheint. Nun gut. Nee, mehr ist ja auch nicht außer diesem Schankraum. Der jedoch sehr schön ist. Der gute Zwergenkönig Yu hat dieses Gebäude einst errichtet. Diese Schenke. Und äh... Ey, Mann, wo ist mein Pferd? Ich höre dich da. Zwergenkönig Yu in Steinstarre. Oh. Oh je. Ist in dieser Kiste Schneewelle ohne Ende. Ach, Cedric war der Wirt hier. Tomkid war hier. 2015 schon. Schon zwei Jahre her. Verleg mal. Er hat eine Bewertung da gelassen. Hier geht es auch nach oben. Ja, das sind diese kleinen verwinkelten Häuser. Die man auch eine besondere Begabung des Bauens haben muss. Und von diesem Fenster sage ich euch, macht es gut bis zum nächsten Mal, wenn unsere Reise weitergeht. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.